Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Overschweig Simulator 2 Video hier vom Cruising the Balkans Event. Wir stehen hier immer noch mit eigenem Schweiler in Niche und wir schauen mal, wo die Reise geht von hier aus. Das ganze, was wir bisher gemacht haben, noch 15 Mal, nur halt jetzt in diesem Fall mit einem LKW. Okay, es kann jetzt gehen nach Rumänien, Bulgarien und in die Türkei. Wir gucken einfach mal danach, was wir so haben. Luftpost, 400 Kilometer, wir führen sogar, ja gut, da fahren wir nochmal ein bisschen durch den Westbalkan, das ist doch auch nicht verkehrt. Luftpost, fahren wir die, ist wie gesagt, so ein Preistreckenverhältnis am besten 484 Kilometer nach, von Niche nach Timisoara oder so eine Art Verbesserung, bitte gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, nicht so viel stacken, 11.200 Kilometer Abfahrt. Ja, und hier diese Zip-Line, da waren wir bisher auch noch nicht, auf der P4 in Montenegro. Vielleicht kommen wir da ja hin, who knows. 6.500 Kilometer für den Auftrag, wie gesagt 11.000 Pfund, äh 11 Tonnen. Ich nehme gegen, prinzipiell schon. Eigentlich bin ich sogar aufgesetzt, aber okay. Dazu ist nicht der Fall. Wie weit haben wir es denn jetzt noch zum laden, 11 Kilometer, äh, was? Ich wollte schon ganz sagen, die 63 Kilometer sind noch ein bisschen fake. Dann fahren wir mal zu FLE, um dann von FLE zu FLE zu fahren. Ist ja eigentlich so praktisch, dass ich es eigentlich wirklich machen muss, um auch den Paintjob zu bekommen für den Trailer. Dadurch bin ich ja mehr oder weniger sowieso schon gezwungen, da hinzufahren. Und mache es nicht nur freiwillig. Und ich bekomme noch was dafür. Okay, es ist auch sowieso was dafür bekommen, aber, ne. Es ist mir am Anfang einfach überhaupt nicht aufgefallen, dass es einfach, äh, nicht entweder oder ist, sondern halt wirklich, wenn man wirklich beides haben möchte, sowohl Paintjob für den Truck als auch für den Trailer, dass man einfach wirklich beides fahren muss. Hätte man das vorher gewusst, dann hätte man das Ganze auch deutlich in wenigen Videos abfahren können natürlich, aber es ist doch gar nicht mal so verkehrt, dass ich jetzt dass ich dadurch jetzt einfach zum einen eher den Westbalkan kennengelernt habe und jetzt so ein bisschen Road to the Black Sea kennengelerne. Und das Ganze dann auch wirklich mit dem eigenen Trailer, der halt dementsprechend auch passender ist. Tanken muss ich unter Umständen auch noch, diese Fahrt. Aber auch nur unter Umständen. Ich denke mal, wir sollten das eigentlich hinbekommen. Mit der Strecke mit dem Tank Volumen, was wir noch haben. Mit dem Regen ist es noch ein bisschen nervig. Ich habe das Schild mitgenommen. Und flachgelegt. Ich war eigentlich schon bei der Strecke gewesen, dann werde ich gleich fahren. Wahrscheinlich schon. Gut, nicht die Überfahrt nach Rumänien natürlich nicht, aber alles weitere schon. Davor zumindest weitestgehend. So, FLE sind wir gleich dort. Uh, nochmal ein Bahnübergang. Nice. Hier waren wir noch gar nicht gewesen. Was haben wir denn hier überhaupt so fein ist? Flughafen muss das auch sein, ne? Mit dem Tower, ja. Flughafen. Sogar mit Waage, aber wir sind ja gerade noch. Gut, man hätte auch vorher schon reinfahren können, natürlich. Auf die Waage. Gut, man weiß, wie viel Luftpost jetzt rein könnte. Aber okay. Oh Gott. Nice, vom Flughafen aus. Es ergibt auch Sinn, ne? Luftpost und so. Sehr cool, gefällt mir. Dem ist rechts ab. Ich war schon drauf. Vorher drauf können wir das für Luftpost, äh, eventuell vom Airport abholen. Na, schon cool. Endlich, wir sind da. Wurden wir so schon so sehnsüchtig erwartet, dass wir endlich da sind. Aussehen, ob meine Falschrechnung gelingt, aber passt ja. Solange wir geladen werden. Es regnet immer noch. Dann wollen wir mal 484 Kilometer nach Rumänien fahren, bevor wir es machen. Gucken wir mal auf die Karte. Okay, ja gut. Belgrad kennen wir schon. Äh. Sonst sind wir mal an Belgrad westlich vorbeigefangen. Es fahren wir nochmal nördlich bei Belgrad vorbei. Und sind dann schon in, ähm, in Temeswar. Wobei, gut, nevermind. Temeswar ist ja unsere Uzeigung zu sein. Wir sind in Temesora. Wie gesagt, Verbesserungen gerne in die Kommentare. Und wir sind dann dort vor Ort um, ähm, hoppla, um 10.31 Uhr, also um 7.30 Uhr. Ich glaube schon. Also mitten in der Nacht, mal schauen, wo wir hinliefern. Ob FLE jetzt hier innerorts ist, oder ob es ähnlich wie jetzt hier am Airport ist. Was natürlich jetzt cool wäre, wenn da hinten auf der Landebahn einfach jetzt Zugzeuge starten oder landen würden. Aber so ist es auch in Ordnung. So ist es auch in Ordnung. Oh, diesmal fahren wir sogar hier lang. Und noch nicht da hinten. Natürlich nehmen wir doch gleich mit, bevor hier der Bandebögen zugeht. Licht ist an, oder? Ja. So, weil ich noch hier nicht zurückgehen. Dann haben wir den Bargebergang. Wo sie alle stoppen. Und wir damit auf Nerven gehen. Die Kluke ist noch zu. Kreisverkehr und da geht's. Ja. Auf Autobahn. Nach Belgrad. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Und dann schauen wir uns mal den Norden von Belgrad an. Ist ja nicht auch perfekt, dass wir da noch ein bisschen was erkennen. Oder sehen und kennenlernen. Oh, der Tank ist jetzt bei wieviel? 39 Prozent. Ah, das wird dicke reichen. Das sollte doch dicke reichen bis... Bis... Ah, war's nochmal. Ich hab's vergessen. Bis Team Misoara. Lag ich doch richtig mit meiner Vermutung. Ja, wir durften eigentlich auch einfach durchfahren können. Egal wo. Scheibenwischer kann aus. Bitte rechts halten. Rechts halten, natürlich. Äh... Okay. Ich fahre dann da rüber. Mal gucken, sie hätten irgendwie an. Spannende Stelle. Ah, okay, ja, okay. Macht Sinn. Ich verstehe. So, auf 90. In den Sonnenuntergang hinein. Bei gut, nicht wirklich hinein, denn wir fahren ja doch eher mit dem Sonnenuntergang auf der linken Seite. Weiter. Cooler Abschnitt hier gerade. Mit den unterschiedlichen, hier hat er gerade 264 Kilometer, mit den unterschiedlichen, äh, fahrbaren Texturen. Da bei der, bei der, bei der, ne? Da, wo gerade irgendwie gewesen ist. Wo es abwechselnd war. Wo es quasi den Zebrascheifen war. Ich merke schon, wir sind ein bisschen schneller als die vor uns, weil wir... Wir könnten auch überholen. Dauert natürlich ein bisschen, bis wir überholen, aber wir könnten es. Boah, schön. Ist das schön mit den Hügeln, mit den Tälern, mit der untergehenden Sonne. Oh Gott, kann man sich gar nicht, äh, satz genug dran sehen. Wenn dann mal wirklich die Tastatur das annimmt, was man eingibt. Wäre es nicht ganz so... ...holprig zum Teil. Haben wir jetzt nicht wieder 80? Ne. Keine Luststrafe zu zahlen. Ich versuche so verdämpft, wie es geht, zu fahren. Wenn ich dann in dem Moment nicht runterbremsen kann, oder Retardame nicht runterbremsen, dann ist es halt so. Hier hinten kommt noch Safe, wie gesagt, eine Mautstelle. Ach ja, wie schön. Nein, ich versuche so, wiegendw ... ... ... Also dann werde ich auch irgendwann am Ende, wenn ich die 50. Fall abgeschossen habe hier beim Aufklärung Road to the Black Sea in dem DLC. In Farbe würde ich sagen auch nochmal so. Gut, dann setze ich mich rein in den Renault und packe auf den Renault den Paint Shop drauf und halt auf den Trailer hier und dann fahre ich auch nochmal so. Als kleinen Reward fahren wir dann auch nochmal so 5 Fahrten mit dem Trailer. Und mit dem Truck. Dann ist es ja auch egal wohin wir fahren. Einfach ein paar Fahrten noch reinbekommen vor dem Dings Event, vor dem Weihnachts Event. Gut, es wird dann, wenn die Folgen rauskommen, dann ist halt das Weihnachtsgebend schon am Laufen. Aber dann ist die mal so. Also einfach ausgehend vom Dezember wie gesagt. Also ich habe jetzt einfach nur geguckt wie es letztes Jahr war. Nicht wie es die Jahre davor war, soweit konnte ich gar nicht runterscrollen. Da hätte ich schon runterscrollen können, aber bei Steam in den News runterscrollen, da... Ja. Da brauchst du ja auch eine echte High Dings DPI Maus, die runterscrollen kann mit einem Scroll drei Kilometer. Weil Steam gerne mal wieder nach oben springt. Hatte ich ein paar mal gehabt. Das war echt, äh... Nervig. Auf die unangenehme Art und Weise. So sehr, dass man immer keine Lust meinte zu scrollen. Dementsprechend einiges dieses Jahr passiert. Also dann wäre es jetzt auch echt egal, wo wir hinfahren. Wobei ich würde versuchen. Also wenn wir Weiteschrecken fahren, dann fahren wir halt Weiteschrecken. Aber ich würde trotzdem versuchen, so in den Bereichen trotzdem entweder... trotzdem zumindest wieder hinzukommen. Also sprich, wenn wir dann irgendwie... Fahrt was ich von Istanbul nach Berlin fahren. Dann fahren wir halt von Istanbul nach Berlin und versuch... Dann werde ich trotzdem danach versuchen, von Berlin aus. Ähm... Wir fahren entweder in den Westbalkan oder... Ja... Mittelbalkan, Ostbalkan, whatever. Bekommen. Also sprich, entweder Rumänien... Äh... Rumänien? Nicht Rumänien. Äh... Bulgarien oder... Oder... Links halt. Wo halt... Wie gesagt, Westbalkan. Gut zu wissen, dass es nur 70 sind. Ich denke, ich soll noch ein bisschen mehr... Also ein bisschen... Weniger. Nach dieser Abstände, wo die Brücke da... Platziert ist quasi wahrscheinlich... Gleich später noch. Oder? Nee, doch nicht. Auswand rechts. Gehen wir runter auf 40. Der Kollege vor uns vielleicht auch noch 40. Ah, dann sind wir hier. Okay. Ich verstehe. Vor, 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 vor. Gewinn. Wumm. Rein da. Ah, nee. Vor, vor, gewinn. Für uns. Deswegen... Wir gehen nach links ab. Na klar. Wieder schon vorgemogelt. Erstmal Richtung Lovisat. Dann weiter nach Belgrad. Und dann nach Timisoara. Timisoara. Ja, wahrscheinlich so. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, wenn ihr es wisst, ihr habt die Kommentare. Tunnel... Stracevia. Wenn ich es richtig gesehen habe, aber da war es Stracevica. Das Ende habe ich nicht mehr ganz lesen können. Zum Spitz drauf geachtet, dass der Name des Tunnels auch dabei war. 60. Ja, mach ich doch. Machen wir mal wieder rein. Weiter schauen. Vielleicht melde der gerade aus. Und hoch auf 80. Und hoch auf 80. Ich bin schon bei 80. Okay, das ging ja wieder fix. Wer hätte gedacht, dass wir eher am... Gut. Es sind jetzt ja auch nur drei Fahrten gewesen. Aber wer hätte gedacht, dass wir eher durchs Westbalkan Event an einem Flughafen sind, als durch... Okay, der meint, wir fahren Belgrad durch Novisat. Dann Belgrad über Belgrad nicht. Novisat ist weiter nördwestlich. Nördwestlich, genau. Vor allem Nerd. Wir haben ja auch schon mal gehört, dass wir eher hier sind, als im Kansas DLC am Flughafen. Bitte rechts halten. Bitte rechts halten. Mehr oder minder ein kleiner Spoiler für das bohrige Video. Wir sind morgen nicht am Flughafen. Aber auch eine coole Abladeort morgen. Das war auch nice. 50. What the... Ja, ist ja gut. Ja, schon dabei. Und Hochbestellung auf 70, damit wir auch wieder auf der Autobahn kommen. Gut, das lohnt sich ja nicht wirklich, da wir... Okay, hier geht es gar nicht geradeaus. Mal gucken, wo es hier gerade ausgeht. Wahrscheinlich nach Belgrad. Warte, was? Oder? Ja. Nach Belgrad. Interessant. Ja. Potenzial von hier nach da, von dort nach dort, von hier nach dort für Belgrad, für weitere Events sind gegeben. Nach meiner Auffassung. Rechts halten. Dann auswärts rechts nehmen. Hier geht es zum Center von Belgrad. Auswärts rechts. Wie wir auch gerade gesehen haben. Wieder runter auf 50. Ich weiß, ich bin zu schnell. Ich bin ja schon am Bremsen. Lassen. Immer geradeaus. Äh... Okay, jetzt wird es wild. Kann das? Ne, kann das sehr gut. Okay. Erstmal das Schild. Mitgenommen ein wenig. Ein bisschen umpositioniert. Das war nicht ganz gerade. Jetzt ist es in der verkehrten Richtung, aber jetzt ist es gerade. weiter weniger. Oh. Nice mit dem Graffiti. Hier wieder mit den Fußgängerwegen. die auch breit genug wären. Es wird schon eng werden. Bitte links halten. Links halten. Oh Gott. Gut. Ja, ich verstehe. Links halten. Dann müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen länger weiter links bleiben. Ja, wirkt zumindest da drüben. Oder ist einfach nur der andere Teil der Brücke. Ich glaube es ist der andere Teil der Brücke. Hier. Dort stellen wir uns mal rechts ein. Oder ordnen uns rechts ein. Ah. I see. Die. Eine weitere Flussüberquerung. Ja. Eigentlich ein guter Ort hier. Für ein bisschen Maut. Und für die Innenstadt der Brücke. Wäre ja nicht ungewöhnlich. Uh. Da fällt mir ein. Für ATS. Wenn es ja irgendwann hier da. Äh. Wenn man wirklich da oben auch. Ähm. 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 Und so weiter hat. Äh. Michigan. Oh. Michigan wird auch cool. Ähm. Da beim. Bei Michigan. Ähm. Na hier. Wenn man dann irgendwann so. Wahrscheinlich. Es wird wahrscheinlich dann noch in Nordamerika. Erweiterung geben. Also entweder nur eine Nordamerikaerweiterung. Oder halt Erweiterung von den. Nordamerikanischen Bundesstaaten. Also von den. Kanadischen. Bundesstaaten. Äh. So. Ich kann mir sehr gut vorstellen. Dass Vancouver und so weiter. Weiter dran kommen werden. Das wird dann auch nicer. Die. Die beleuchtete Brücke. Bei Nacht drüber zu fahren. Wenn es dann nach. Kanada. Aber nach Amerika geht. Das wird auch nice. Okay. Keine sind 78. Äh. Keine 80. Ich verstehe. Da sind wir immer noch getrennt von Wasser. Wirkt so. Wobei. Es ist glaube ich hier ein Fels. Äh. Im Fels. Vor allem im Feld. Ich hab gar nicht an den Fels gedacht. Ich hab ein Feld gedacht. Auf den letzten Drucker. 40. Wtf. Wtf. Also. Für da hinten kann ich es. Äh. Verschieße. Aber für hier. Ich bin ja schon unten. Im Gegenteil wird auch super. Auf Regenlein freue ich mich eigentlich schon auf die. Also was heißt auf die. Also ich hoffe es wird sie geben. Weil ich irgendwann mit der Regenlein so ein bisschen verbinde. Aber dass wir auch ein paar mehr Sandpisten haben. Und halt auch noch Schrecken die einander. Die Orte miteinander verbinden. Und nicht einfach nur. Eine Sandpiste zur Firma. Das wäre schon nice. Ok. Doch gar nicht. Ok jetzt doch. Wir sind doch wieder in der Verengung. Äh. Wo sind wir überhaupt? Fahren wir gerade durch Belgrad durch? Oder wie? Ja wir fahren. Das sind echt noch die Ausläufer von Belgrad. Weswegen wir hier so entschleunigt sind. Das ist ja auch schon. Wir haben ja noch die Ausläufer. Wir haben ja noch die Ausläufer. Wir haben ja noch die Ausläufer. Wir haben ja noch den Ausläufer. Wir haben noch die Ausläufer. Wir haben jetzt noch die Ausläufer. Wir haben ja noch die Ausläufer. Wir haben noch die Ausläufer. Aber was die Ausläufer betrifft. runter 50 und beim kreisverkehr rechts abbiegen plattenbausiedlung oder bauhäuser besser gesagt eher das ist doch ein kreisverkehr oder gar nicht mal so wirklich und die beiden der Zugstrecke rüber cool wir zügen doch cooler aber das reicht ja auch schon jetzt gebrannt oder so mit kleinen Türchen vorbei, ein paar kleine häusern farmgebäude und da haben wir auch das ortsauswandschild gefällt mir auch diese ländlichen Gegend hier wenn man die falsche Tasse drückt mehrfach bis man es reilt auch wenn es optimal gewesen wäre weil ich dann wirklich posiert hätte ein Augenstein wäre mein Handy aufzuladen aber egal mag ich den danach und wieder runter auf 50 ach die sind wir in rsack 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 oder so und auch keine der 50 die kommen erst jetzt vorausschauend fahrend habe ich das natürlich schon gewusst ok er sah grad wirkte gerade kurz so als ob da stoppt raus steht was aber auch halten muss wenn man reinfährt nur halt weit oben angepinnt angetafelt aber es war dann nur das firmen logo was ein bisschen aussah wie ein sich drehendes stoppschild immer geradeaus und dann haben wir den Grenzübergang nach Rumänien dann sind wir auch schon fast in Team Vizora allen auf ihrem Bestreuer Gas zu geben wir müssen dann wieder abbremsen ich stehe runter auf 30 und wir müssen dann wieder ganz nach rechts in die hinterste Ecke dann hoffen wir mal dass man nicht in die Flugpost schaut weil das könnte lange dauern erstmal jeden Brief einzeln öffnen und weiter gehts der ist auch gut beleuchtet da vorne der LKW von Exoma der Trailer das war ein Bus hinter uns hätte ja auch ein LKW sein können und dann fahren wir mal hier rüber keine Bus keine Autos nur LKWs die jetzt die gescannt werden wahrscheinlich ja das sieht nach dem Scanner aus Kontrolle erfolgreich abgeschlossen sie können weiterfahren sehr schön hier wird man also automatisch okay das war nur Transporter den ich gesehen habe der hat ein bisschen LKW mit sich aus aber cool dass man hier auch so eine Fahnenröne genannt hat also eine einer die man wo man gescannt wird und man durchfährt jetzt kann ich aber auch eigentlich links also mich links einsortieren wieder man muss gleich rechts fahren ich lasse aber sein und fahre hier weiter hätte ich erstmal schon früher gemacht und wir erreichen Rumänien sehr schön wahrscheinlich schwer wir fahren dürfen 80 und dann sind wir auch schon gleich am Abladeort beziehungsweise eine Abladeort beziehungsweise eine Abladeort beziehungsweise eine Abladeort beziehungsweise eine Abladeort schlimm ich darf nicht vergessen 200 Kilometer sind jetzt hier immer noch das Minimum ein bei 80 200 Meilen für Kansas er sagt mal den Timisoara Balkan Explorer 1 von 30 und dann rechts abbiegen biege nach rechts ab auch wieder mit straßenbahnen wenn es der richtig ist hier finde ich nice so viele straßenbahnen wir sehen es gar keine aber es könnte eine fahren rechts halten und dann rechts nach oben wir haben wieder eine garage ich muss echt noch mal überlegen wo ich meine garage hole ich habe gedacht da brauche ich erstmal ein bisschen mehr code als nur die 206.000 haben wir immer noch einen kredit offen darf man ja auch nicht vergessen steilreise ist prinzipiell möglich kostet zwar geld aber möglich ist ja trotzdem kurz mal gas geben jetzt wird es nicht anders will den kurvig 40 hatte ich auch schlecht für ein gerücht ne müssen wir nach eisen gehen da war ja so die eigentlich schon klar so 35 zumindest ich weiß ich bestimmt auch vielleicht ja nicht vielleicht wenn man so rein prescht wie ich gerade ich weiß mal richtung des center jetzt ist es nur 40 da war ja was keine 50 die kommen jetzt mörder minder mit 80 bitte rechts halten 30 von den kreisverkehr ok ja ja ich bin uns ja schon die ausfahrt an den feldern vorbei mit diesem fein mais ok ok wir fahren doch zum flughafen wir haben gerade am starten das flugzeug gesehen coole sache am kreisverkehr zweite ausfahrt das äh da kommen ja so ein bisschen flashbacks an trulles bus simulator wo es irgendwann auch weiter gehen wird das steht außer frage immer geradeaus und da schaue wieder ein flugzeug cool das war eine schöne fahrt dann um abladen auch ein viehtransporter hier aber luftpost die wahrscheinlich jetzt weiter fliegen wird ausfahrt Ich habe einen Druck unterziehen lassen können, als sie da ganz hinten dran war. Sehr gut, dann würde ich sagen, laden wir mal ab. Ausgezeichnete Luftpost von Niche nach Timijora geliefert. Gefahrener Schrauben seit 97 Kilometer. Dauert 46 Minuten, insgesamt 131,153 Liter verbraucht. Das war der 162. erledigte World of Trucks ETS 2 Auftrag. Es gab 16.500 dafür, mein Gott. Und 696 Erfahrungspunkte und ein neues Level 22. Das heißt, boah, dann geht es jetzt auf zerbrechliche Fracht. Neue Aufrüstungsteile verfügbar, auch für den DAF-XD. Allgemein für den DAF-XD gibt es einen Rundumleuchter und ein paar Schutzbügel für den ganzen. Korms-Auflieger, für den Tiersern gab es nichts Neues. Für die anderen ebenfalls nicht, bis auf für die Standard-Schweiler geht jetzt ein LED und ein Kombi-2-Achsen weit. Dann, wir sind hier schon relativ müde, wenn ich es richtig gesehen habe. Oh Gott. Ja gut, da wäre schon mit unserem Aufliegen ein bisschen eng. Würde ich sagen, fahren wir hier oben hin. Die 17 Minuten. Ich bekomme nochmal gut 2% das Reich-Dicke. Den bohren wir mal. Zum Schlafplatz. Oh Gott. Enger als geplant. Und ich bin schon wieder lost und blind zugleich und fahre einfach nur geradeaus. Das ist leider heute schon mal passiert. Deswegen genau diese Bemerkung. Hoch auf 70. Ach, da wäre ja was mit 30, aber... Was soll da Geiz, wenn nix kommt? Kann man auch die Rennlinie nehmen. Wenn wir über den Hügel rüber, dann sind wir eigentlich auch schon da. Ach, ist das schon gut mit dem Sternenhimmel jetzt oben. Ah, ist schon echt geil. Kann man sich schon fast gar nicht genug drin satt sehen. Rund auf 40. Wir sind fertig. Was sagt der Tank? 26%. Da muss ich ja wirklich schon bald tanken. Ja. Ich denke mal pennen kann ich hier. I guess. Ja. 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 Aber scheinbar auch nur hier. Dann legen wir uns mal hin. Dann bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ich sehe euch dann im nächsten Euro Truck Simulator Cruising The Balkans Event Video wieder. Oder morgen Mittag beim nächsten Cruising Kansas Event Video in American Truck Simulator. In der Sinne. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.